Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrummbach, Nebenheilsbruch im Nürnberger Land, der sich zusammen mit der Stadt Nürnberger als Europas Kulturhauptstadt 2025 bewirbt, den Franken hat viel mehr zu bieten, als der Franki an sich glaubt. Das zeigen wir in diesem Newsletter 139 und auch am Tag der Küche am Samstag, den 30. September, wo Sie den ganzen Tag über einfach mal reinschauen, oder was noch besser wäre, sich für den Koch-Workshop ab 10.30 Uhr anzumelden. Und sich dort von unseren Kunden viele Kniffe in der Küche und an den Geräten der Möbelmacher zeigen zu lassen. Oder andersrum, uns was beizubringen. Außerdem entführt sich unsere ameländere, fabelhafte Welt der Küche am Haus am Fluss neben dem großen Baum, wo unsere Kunden mit dem kleinen Bär und dem kleinen Tiger nie mehr wegzugehen brauchen. Und noch ein fabelhaftes Wohnzimmer aus ränkischem Köschbaum, das dank Einzelanfertigung auch die kompliziertesten Geräteunterbringungswünsche des Hauses lösen konnte. Unser Zufall in NEA ist in der JORI-Aktion. Und auch viele andere Dinge dürfen unsere Ausstellung günstig verlassen. Das finden Sie alles auch im Internet, wo wir übrigens auch unsere neue Photovoltaikanlage öffentlich gestellt haben, weil viele Männer deren Ertrag gerne beobachten. Aber bitte bei IT Sonnenschein. Wir verabschieden mit Dank unseren ersten Rentner der Firmengeschichte, bekommen gleichzeitig zwei neue Auszubildende und bringen das Jahrbuch Nr. 22 bzw. den Kalender 2018 heraus, den Sie bald im Briefkasten haben werden, wenn wir Ihre Adresse rechtzeitig bekommen. Wie langweilig z.B. Paris im Vergleich zu Untergrumbach sein kann, zeigen wir Ihnen in dem Video, denn in Untergrumbach gibt es z.B. am 3. Oktober einen Dorfflohmarkt. Genießen Sie den Herbst, vielleicht sogar auf einer neuen Matratze von Pro Natura, und besuchen Sie uns am Tag der Küche am 13. September oder wann immer Sie Zeit haben. Bis bald!